Erstmal so, wenn er auf den Körper geht, dann ist es besser, man geht raus und spielt dann so. Wenn er jetzt nach dahin geht, nicht so spielen, sondern das Knie so rum, so nach innen, damit der Schuh wieder so groß wird. Treffen und wieder weg, sondern Treffen und durchziehen, hinter dem Ball her, eine Hebebewegung vom Knie. Und Treffen, das ist ja zu mir schon erklärt, Treffen nicht da, sondern hier vorne, einfach jetzt so, ja, das ist schon gut. Und immer Gameden spielen, also die Zielen spielen, nur auf der Insel, der abspielt nur so. Es ist auch weniger, weil das hier der Schuhe kommt und wir können rechten, die Strecke private die Strecke haben. Ja. Genau. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.